Guten Tag und Willkommen zur nächsten Folge von KOSAX Spectrum! Äh, Versuch 2! Endlich! Wohin will der denn? Ha! One-Hit! Wie siets denn mit den Rohstoffen aus? Sieht doch gut aus, ja! Hier oben mal absichern bisschen... Bi-bi-bi-bib... Äh, wir können Ja schonmal... So. Ich bin irgendwie ein bisschen lahm heute. Schon mal ein Boot voll machen. Mal gucken, was da drüben so abgeht. Teile mal nicht vergessen. Teile mal nicht vergessen. So. Was machen die hier eigentlich? Oh, meine Hand, ne? Zitat und Zitat und Zitat. Wo wollen die denn, hä? Hier, du. 313. Müssen auch da rumgehen, ne? Hier ist so viel Platz. Ah, das ist halt die KI, ne? Das ist die KI. Die lila denn? Die sind vor mir. Ach, passen nur 280 rein. Ach, ne, ne, ne. So. Ach, ich wollte ja nicht, äh, hier, Karte, Karte freischalten. Das entscheide ich jetzt einfach. Sche... Ist nicht gut, was... Was sind denn da die viele Geschichten? Schnell weg von dem Rathaus. Schnell weg von dem Rathaus. Hehehehe. Das ist nicht so, dass sie, äh, zack sind. Sie zack sind! Huh, weg. Sie sind weg. Die können wir zurück. Wir brauchen... Äh, wir brauchen... Noch hier von denen noch ganz viel. Ja, müsste reichen. Müsste reichen. Sie sind weg von dem Rathaus. So. ...holt? Ja... ...holt? Ja... ...holt? So. Bebebebebebebebebebebe. So, 50. Von denen laufen damit. Oh. Na gut, dann nicht. Ja. Das muss alles kaputt machen. Das ist wohl die kleine Insel, ne? So. Auch gleich hier das Ding da hinten. Auch keine Türme haben wir gemacht. Ich brauche ein Holz, Holz, Holz. Holz. Kommt da einfach mit. Deal, 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 deal. So. So. Zwei fahren mal hier rein. Oh, Pard ist auch gleich wieder vorbei. So. So, das war ja verschieden. Aber es ist ja egal, ne? Wir beenden jetzt erstmal den Part. Guckt mal in die Videobeschreibung, ob du das Twitter und Facebook verlinkt. Lasst ein Abo da, damit ihr gar nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns dann morgen im Part. Tschüss.